willkommen ihr lieben in alter kameraposition mit mir zu einer weiterfolge clash of clans mit mir im torsen aber ich glaube die alte kameraposition ist ein bisschen besser ist jetzt wieder die webcam ist nicht die handycam aber ich habe es am montag mal ein bisschen ausprobiert und ja das lässt sich sicherlich noch ein bisschen verfeinern nur hat mir das ganze so hier und da dann auch nicht ganz so gut gefallen sondern war eher suboptimal die posi war vielleicht nicht ganz so passend aber bei einigen geben sicherlich passt das hierbei clash of clans unter umständen nicht ihr wisst das machen viele so entweder macht man das in so einem rahmen oder ihr seht ich habe eigentlich relativ breiten wie es hier das kann man auch noch ein bisschen verändern dass ich mich noch ein bisschen weiter nach nach da setzen und so das ist immer so ein bisschen feintunen aber worum geht es eigentlich der folge um demütigung ihr habt ja sicherlich am wochenende was am wochenende mitbekommen dass da so eine mannschaft jenseits von deutschland sage ich ja immer gerne 8 zu 2 gegen barzellona gewonnen hat das war schon in demütigung aber auch wir haben unseren letzten gegner hier ein bisschen gedemütigt und manchmal weiß man dann nicht ob man auch wirklich alles angreift wir gehen mal hier rein in zu warlock und sehen hier im classic dass wir 112 zu 85 gewonnen haben das kommt jetzt nicht von irgendwoher entweder ich kann es euch nicht sagen waren die bases so einfach mir ist nicht gelungen hier ein triple zu fahren obwohl ich hätte auch machen können denn die beiden letzten bases hier das waren rathaus 12 war und hier gab es eine kleine challenge hier gab es tatsächlich eine kleine challenge wer die nicht schafft kick schon heftig okay wer die die schafft kick und ich habe sie nicht angegriffen ich hatte auch schiss ganz ganz viele wollten nicht weil sie gedacht haben auf 12 kannst auch schnell mal fählen und das ist jetzt wieder so laut tollo ist es jetzt ist etwas leiser und dementsprechend wollte die erst keiner angreifen aber der time fail hier hat sich dann doch getraut hier ein bisschen was zu machen und hat die base hier letztendlich dann doch angegriffen naja ich muss das ein bisschen höher machen ein bisschen live tunen hier so ich glaube so ist das ganz gut dann habe ich unten so ein bisschen mehr platz zum gucken beziehungsweise zum spütteln wie der ganze angriff wie eigentlich abgelaufen ist und er hat sich hier vor einiges entschieden okay immer wieder gern genommen vor allen dingen gegen so eine base wo das rathaus auch noch nicht so stark ist also rathaus noch auf der kleinsten stufe hier ist das 1 nee das ist man ist immerhin schon drei ok schon ein paar mehr tesla auf dem dach und also doch noch nicht so klein aber so ein bisschen gefundenes fressen ist ja eigentlich wollten wir erst haben wir gesagt wir lassen die beiden unten offen aber dann irgendwie dann doch nicht ich meine wir sind jetzt nicht schuld an der misere dass die hier zwei zwölfer mit dabei haben und uns ausgerechnet matchen das ist jetzt schon ewig nicht mehr vorgekommen hier dass wir so ein matchmaking haben ich meine wir sind nur 13 und so ziemlich alle recht stark und max vielleicht nicht ganz alle aber ich meine selbst der time fail hier mit nummer 38 ist hier max out was truppen und helden angeht der base kann ich jetzt nicht zu sagen aber dementsprechend haben wir wochen lang eigentlich nur hier matchmaking gehabt 13 auf 13 und jetzt plötzlich mal zwei zwölfer da ist wirklich schon ein bisschen komisch und uns tat es auch ein bisschen leid irgendwo aber was willst du machen was willst du machen wir gehen mal jetzt immer so zehn hoch würde ich sagen also 40 wenn man jetzt ein 30er man kann ja schon fast sagen dass wir hier ist auf so ein paar bases ja alle geschafft haben denn ich glaube das war auch eins unserer höchsten ergebnisse die wir gemacht haben wir gucken mal den 30er hier an wer ihn denn irgendwo gemacht hat da ist nummer 30 der alex hat das hier gemacht und mal sehen auch mit einem mit hübert ok dann sehen wir auch ein paar verschiedene taktiken ist auch mal ganz nett gegen der ring base hier und hat mal sehen an zeppelin hat auch während zeppelin das sehe ich jetzt gerade ich kann kann ich auch nach vorne gucken vorne ist einmal meine aufnahme und so sehe ich immer was ich hier so ein bisschen verzapfen ok geben wir müssen ein bisschen näher rein für euch und dann seht ihr was ich aussehe ich sehe erst mal ein kevin wo auch beziehungsweise ein queen charge der so reingehen hoffentlich geht die queen auch rein das lager da beziehungsweise die zauberfabrik ist dem so ein bisschen im wege dass die queen doch noch nach außen gehen könnte optimal wäre jetzt irgendwie so eine skelettfalle die ihr entgegen kommt oder aber sie macht das jetzt und die nächsten sachen sind zu weit weg er sorgt dafür magier ok mit zwei mal jahre dafür gesorgt dass der rest jetzt zu weit weg ist und die queen muss jetzt doch ein keine mauerbrecher mehr aber adler ist schon schon mal weg und man muss dann immer gucken nach welcher seite die queen geht je nachdem da stehst du eine britte und er hat ja noch einen zeppelin hier mit an bord für das rathaus dann am ende um hier in jedem fall irgendwo in die base anzukommen denn die truppen die er jetzt hat die gehen eigentlich erst mal schön den ring rum und das zeppelin soll es jetzt richten auch schön mit in die worten auch rein bekommen mir gelingt das nicht immer dann ist das zeppelin aus der worten raus und auch die queen herage dann noch mal jetzt muss aber doch zünden tesla farm hier auf der anderen seite des rathauses aber unten gehen die truppen noch ganz gut auch die ja royal champion schön hinter den truppen kann immer schön die die fences machen und kriegt kaum ein bisschen beschuss schon aber nicht wirklich super viel noch mal der fries auf den scannershot auf das schleuderkatapult und na die gegnerische queen wird also nicht nicht mehr ganz schaffen aber die meiner helfen jetzt da unten ok und damit ist das katapult auch weg queen hat den ganzen kampf hier überlebt schöner drei stelle hier vom frank und wir gehen jetzt gleich 10 hoch habe ich gesagt dann gehen wir mal auf die 20 mal sehen ich weiß ich ich habe das jetzt einfach mal nur nur so gesagt wir gehen mal zehn hoch ist ja ehemann drei jahr weiß aber gar nicht ob die 20 gelegt wurde wenn ich dann müssen wir uns vielleicht oben oder unten noch mal einen rauspicken und mal schauen was wir noch so eingefangen bekommen ich wollte das in jedem fall ein bisschen festhalten für euch es ist übrigens immer noch montag ich bin einfach mal sitzen geblieben hat die anhab die andere kamera ausgemacht und habe die sie wieder gemacht als nummer 20 ja guck mal nummer 20 auf 95 prozent ok nehmen wir ein höher ein tiefer wir nehmen ein tiefer ok 95 prozent geht gar nicht doch geht schon der kutsch hier auf die nummer 21 25 auf 21 also auch hier geht es natürlich im 13er bereich eigentlich nicht quer durch den garten aber es geht so ein bisschen auf man ist ein bisschen auf höhe so will ich mal sagen man ist ein bisschen auf höhe und so kann das hier gut in dem base gehen ich könnte das mikro eigentlich noch mal gerade machen aber das noch ein bisschen doof in der luft ich habe das so eigentlich mal ganz gerne und live stream ja eigentlich habe ich das ganz gerne so im live stream am mittwoch wenn ihr diese folge am mittwoch seht ich hoffe ich alles immer so gebacken und geschnitten dann haben wir am mittwoch ein wenig beach party wir haben bisschen beach party lasst euch überraschen was für ein spielchen also ich werde das ist eine großartig ankündigung oder so aber wir haben ein match das fängt pünktlich zu meiner streamzeit an um 21 uhr perfekt und dann können wir uns die ersten zwei stunden glaube ich mit einem match aus der aktuellen ich wollte turnier einziehen ok tschuldig bitte und dann haben wir in jedem fall so ein bisschen was offizieller nicht nicht ganz offizielles zu schauen also eigentlich wird das noch nicht bestreamt aber ist es mir nicht verboten worden auch ein einziges spiel aus den forum spielen zu zeigen und das wäre dann am mittwoch vermutlich dann für euch heute abend ich weiß es nicht ich drehe jetzt unheimlich viele mal so ein bisschen aus dem clash of clans bereich hier was ich jetzt ganz gerne bezeigen möchte bzw wo ich so ein bisschen hinterher hänge und mit einem video pro tag reicht das aber glaube ich denke mal zwei videos pro tag würde ich auch hinkriegen allerdings reicht mir denn immer eins denn ich habe jetzt auch gesehen werden auch die können auch immer schnell mal ganz schön langatmig werden bzw können auch schnell mal ausatmen wo ich gar nicht viel mache aber trotzdem viel zeit verballer schöner wäre es natürlich wenn man hier immer immer nette angriffe sehen und aber ich glaube der hybrid angriff war sehr sehr nett hier von kutsch und mal sehen wir ja ich bin mal gespannt ob wir noch höher gehen können aber wir können noch ein bisschen höher gehen denn es gab hier oben auch noch nette angriffe im mann mann kann da nicht von sprechen im starken bereich im 13 bereich mehr dabei nur 13 da sind okay nummer zehn wir gucken mal nur 10 10 10 10 10 auch nicht mit drei hat menschen los was sind los sms martin 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 9 mit neuen gehen wir schon ganz schön hoch ne vielleicht müssen wir doch mal ein zwei drei runter gehen da kommen wir geben auf die 14 in der viper was er hier gemacht hat gegen den volkano 14 ich wollte gerade sagen 14 auf 14 39 auf 40 also auch hier unsere nummer 39 recht stark recht stark bestückt was helden und truppen angeht in nur was helden und truppen angeht ihr dürft das nie falsch verstehen man kann ja vieles immer zweideutig sehen ja aber mal sehen was er sich hier ausgedacht hat erst mal da bis ab hier in der mitte die clan burg und den adler weg also beide schon mal weg jeder sind schon das schon viele miete viele mieten dann kommt er von hier oben rein mit einem eis golem und den helden die soll sicherlich nur die gegnerische queen holen denn danach hat er einen lalo angriff also sui lalo nennt sich das ganze denn auch ist glaube ich im moment in zusammenarbeit mit dem mit dem zauber schon sehr sehr coole und sichere kombination wenn man spielen kann wenn man spielen kann so muss man sagen und die base muss natürlich auch immer passen ansonsten kann man das auch knicken aber das wasser hier macht ist auch echt cool auf der letzte also queen na okay die queen war jetzt schon recht auf der letzten will aber dann nimmt dann immer den in champion ja also das zweite angriff von ihm gewesen glaube ich und den roll champion hier nur um den scatterschot rauszunehmen und vielleicht noch eine defense weil die kanone ist es egal aber der der setter ist hier sehr sehr wichtig an der stelle und kommt jetzt hier unten dann entgegen des rathauses mit dem loon part und hat sich noch ein paar aufgespart inklusiv natürlich eines zeppelins der zeppelin ist übrigens ziemlich interessant schon länger nicht mehr gesehen so in der art aber ich sag ja wo es wo es denn passt soll man es ruhig machen würde ich sagen und dann kommt hier jetzt zwar ziemlich früh die worten zündung das macht aber nichts denn die loons sollen natürlich gar nicht das rad aus holen das soll jeder zeppelin holen und hier haut er jetzt auch noch mal einen fries drauf also fries drauf denn neben dem lava hund der jetzt wunderbar die letzte luftabwehr tankt waren hier ein paar sneaky goblins drin und dann ist das ganze die geschichte der hund platz sogar noch da dann noch ein paar welpen jetzt zum abräumen was natürlich auch sehr nett ist so läuft er hier nicht in einem time fail aber er hat auch genug cleanup dabei also auch saustarker angriff hier finde ich und schöne angriff strategie auch aber wie gesagt das muss man auch ein bisschen können bisschen peineln gerade wenn es darum geht wo steht welcher fähiger und wie mache ich diese bs jetzt eigentlich und wie mache ich weiter wenn mal was nicht klappt also so ein plan b angenommen hat jetzt gett er schon am anfang jetzt nicht bekommen dann sieht das ganze schon wieder ein bisschen anders aus und der könig will nicht fallen okay aber jetzt der nun ist da immer hinterher fliegen das kann auch zeit kosten aber das hat ihn jetzt hier nicht aufgehalten okay dadurch dass wir jetzt ein bisschen nach unten gesprungen sind springen ein nach oben das ist auch der weiber mit der gleichen taktik hier nehmen wir den auge immer den auge hier vier auf die nummer beziehungsweise auf die nummer vier von 22 und ich glaube einige hatten hier auch die gleiche base kann das sein ich bin mir jetzt nicht ganz sicher da müsste ich noch mal rüber schauen aber auch bei uns hat sich so ein bisschen das angriff verhalten jetzt geändert was heißt basis markieren basis dann angreifen innerhalb einer gewissen zeit und wann läuft die markierung wieder aus ich glaube so mussten wir das auch mal so ein bisschen machen hier denn wenn jemanden plan auf eine base hat dann soll er sich die markieren und soll spätestens dann zwei stunden später angreifen also er soll dann die angriffszeit mit reinmalen wann er die der macht und das sollte dann recht zeitnah geschehen denn auch wir am ende hier haben am ende immer so ein bisschen so ein bisschen not so mit markierten basis und dann werden sie nicht gemacht und dann sagt aber ja ich mache die doch in vier stunden lasst ihn mal noch offen und dann wartest du und wartest dann wird es vielleicht doch ein bisschen länger ein bisschen doof deswegen haben auch jetzt so einen schritt gegangen also beziehungsweise die orga ist und schritt auf und zu gegangen hat gesagt so läuft es jetzt und weiß nicht wie ihr das macht vielleicht ganz ganz ähnlich so dass man nicht am ende dann in so einen zeitdruck kommt und dass einige dann hier anfangen müssen ihre ihre armeen dann letztendlich zu geben oder auch die helden zu gemmen weil einige so lange markiert haben und andere haben vielleicht auch eine idee auf eine gewisse base die schon jemand anders markiert hat kann ja sein kann durchaus sein aber hier haben wir die smash und der blitz beziehungsweise der frost hier das ganz ganz fies in der mitte kann kann ich euch sagen ganz ganz zäh an der tornado falle vor allen dingen heute mal nicht quellenfalle heute tornado falle und aber jetzt fällt auch der scattershot was sehr sehr wichtig ist denn er hat wenigstens jetzt da noch ein paar geht es aber die waren jetzt auch in heilung die waren ja alle komplett in heilung und da konnte ja jetzt schief gehen oder anbrennen noch mal der sprung hier jetzt richtung defensive gebäude die da heißen adler artillerie und einen entfernung single entfernung ist das richtig jawohl und da kann er sich aber wunderbar gegen wehren mit den drei jetis die immer noch in heilung sind jetzt haben die heiler natürlich gewechselt auf die person des jahres den worten warum person des jahres für mich weil der worden ist einfach unheimlich weiß nicht stark geworden unheimlich schlau geworden ich kann es nicht genau sagen aber ich habe jetzt schon lange niemand mehr über den worten meckern hören so dass er plötzlich nur einer truppe hinterher fliegt und wenn man und und meint dann abzuhauen von den rest der gang hier aber hier ist das nicht der fall der hauke hier mit drei sternen ja und so sind das hier am ende 32 dreier für uns gewesen das ist glaube ich unser rekord ich glaube das ist ein rekord der lag vorher so bei 26 27 mal nicht 32 okay wenn wir jetzt die beiden 10er die beiden rados über abziehen das ist vielleicht doch nicht mehr ganz so hoch aber schön gemacht die ich wollte nicht das aus dem ruder rennt denn wir haben schon den nächsten sticker hat es euch gefallen ja daumen nach oben glocke stellen und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns glaube ich wenn dieses video für euch am mittwoch kommt am mittwoch in einem live stream also ein bisschen von der beach party und dann noch ein bisschen schnacki schnacki bis dahin danke fürs zuschauen euer tuto Bis zum nächsten Mal.